In der heutigen Folge sprechen wir darüber, was es mit Projektionen im Dating auf sich hat. Wie es passieren kann, dass du dich in eine Fantasie verliebst, warum dir als High-Value-Frau eine Brieffreundschaft zu wenig sein darf, worin die größte Gefahr dabei liegt und was du tun kannst, um nicht mehr in die Projektionsfalle hineinzutappen, hörst du heute hier bei uns. Boodle Knockout, der Podcast von und mit Lila Sauerschnick und Stefanie Scharawieger. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deeper als Deep Dog. Boodle Knockout Herzlich Willkommen zum Boodle Knockout Podcast. Du hörst die unfassbar sexy Stimme von Steffi. Ja, genau, so habe ich mir vorgestellt. Und die sexy sagen, das sieht jetzt nicht so aussehen. Hey, Steffi. Steffi. Und die Ziegen. Lila. Die zwei Ziegen sind wieder da. Sexy Ziegen, mäh. Wir werden auch sexy Ziegen, glaube ich, wenn wir Ziegen werden. Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch unser Video, unser Lieblingsvideo von uns. Wir haben ein paar Ziegen-Themen haben wir. Der Ziegen-Schniedel. Ja, na schon. Stefanie. Wir haben die zwei tanzenden Ziegen. Ich weiß nicht mehr zu welchem Lied die original wir sind. Die gehen so. Da sieht es jetzt keiner mehr in den Tanz. Mit deinen Haaren passt das perfekt, Lila. Die werde ich jetzt suchen dann nachher. Ja, fix. Die müssen wir posten. Jedenfalls sind wir wieder da und wir freuen uns riesig. Wir zwei Ziegen. Wir zwei sexy Ziegen. Weil wir wieder da sind mit dir gemeinsam, schönste Frauen. Und heute tatsächlich eine Doppelzahl haben, Stefanie. Es ist die Pff. Machen Ziegen auch, oder? Ja, scheiße. Hat das eine Tierfolge geplant? Die Ziege, die Pferd und ein bisschen ein Fisch kommt sich auch vor. Aber ich sage dir mal, Entschuldigung, bevor wir zu deiner Doppelzahl kommen. Wir haben es eigentlich schon gewusst, dass das heute so wird, oder? Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eine. Also ich finde ja auch vor der hundertsten Folge, Stefanie. Weil wir zwei uns einmal ganz ehrlich sind. Gehört einmal eine Bahnhofsfolge auch nochmal rein? Halleluja. Halleluja. Weil, ich meine, man muss auch sagen, in den letzten Podcast-Folgen haben wir immer wieder schöne Bahnhofs. Also ist ja ernst und sehr seriös, oder? Ja, und dazwischen, Stefanie, muss ich schon sagen, waren wir auch bei Two Girls, One Cup. Wir waren bei Eiterpickln. Wir waren bei, weiß ich nicht was. Wir waren bei allem Möglichen noch dabei. So zwischendurch. Das ist wohl wahr. Das ist, was du sagst. Aber, und, heute geht es um Tiere. Um unsere Lieblingstiere haben wir uns gedacht. Folge 99, wer die Doppelzahl ist. Nein, heute geht es natürlich um was ganz was anderes. Um ein ganz, ganz wichtiges, wertvolles Thema, über das wir schon sehr lange sprechen wollen, wir zwei. Und wir stehen kurz vor der hundertsten Folge. Hatte. Jetzt haben wir es wieder gleichzeitig gemacht. Wir sind halt einfach immer ernst, muss man sagen. Immer ernst, immer derselbe Move. Und auch beide, nicht nur eins, sondern beide sehr aufgeregt, weil einfach, es ist 99. Bist du deppert. Stefanie, es ist 99. Kannst nicht glauben. Es ist nicht 9 Uhr. Ich kann es nicht glauben, weil vor allem auch, heute ist es auch wirklich, was soll ich sagen, ich kann nicht glauben, weil ich auch nicht mehr weiß, wie viele Folgen wir gesprochen haben. Das ist für mich so unglaublich. Vielleicht sind es gefühlt 33, aber nicht 99. Voll, finde ich auch. Ich würde jetzt nicht 99 Titeln aufzählen, wenn ich jetzt müsste. Würde ich jetzt wirklich ablosen, ordentlich. Also ich weiß gar nicht mehr, was haben wir 99 Folgen lang bitte erzählt? Das denke ich mir auch oft. Das denke ich mir auch oft. Wie viele Themen haben wir da echt nochmal gefunden? Was kommt da schon von uns her? Was kommt jetzt noch? Haben wir noch was? Nein, Alter. Ich schaue es. Ich gehe noch nicht. Jetzt fangen Sie erst an. Ab 100, das haben wir mal so sanft gestartet. Ab 100 kommen jetzt mal die ganz gescheiten Geschichten. Da wird es jetzt richtig tief. Jetzt erzählen wir mal wirklich, was wir sagen wollen. Richtig tief. Jetzt geht es einmal um das ganz wieder. Sexfolge müssten wir jetzt mal wieder machen. Fallen wir jetzt gerade so ein, haben wir schon länger nicht mehr. Das ist sicher ein Plan. Wir haben immer wieder danach gefragt. Sagen wir nicht nein. Vor allem, es ist jetzt spannend, die letzten Sexfolgen waren ja noch mit der schambehafteten Lila. Jetzt wird es lustig. Jetzt kommt der neue Wipp mit der versauten Lila. Ich weiß nicht genau, was ich da mache auch die ganze Zeit. Die müde Züge. Oh, die Züge. Nicht mehr das schüchterne Lämmlein. Das ist auch wirklich zu versauten Züge. So was von in eine Ziege verwandelt. So was von versauten Züge. Das war mein Live-Goal. Bis zur 100. Folge wollte ich die versauteste Züge sein. Das habe ich jetzt geschafft. Danke, Steffi. Das war es. Auf jeden Fall. Naja. Ziele leicht. Ja. Ich glaube, wir sind fertig mit der heutigen Folge. Ich glaube, wir lassen es einfach. Es wird jetzt schon wieder wild. Aber um noch einmal auf den Punkt zu kommen. Wir sind bei der Folge 99, wie schon so oft gerade erwähnt, in den letzten fünf Minuten. Und bedeutet, es ist bald die hundertste Folge draußen. Bedeutet auch, wir verraten noch nicht zu viel. Lasst euch überraschen. Wird das allerärgste. Oh, wie soll ich fast sagen. Ja. Wirklich schwer emotional. Und wir sind sehr froh, dass diese Folge unsere hundertste geworden ist. Mehr sage ich nicht. Ich sage lieber, ich singe viel, viel lieber, oder? Wie war das denn, Rico, von Konfetti-TV? Nein, von Andam des. Ah, ja, ist das eine Konfetti-TV. Konfetti-TV. Ich meine, das ist ja schon... Entschuldige, falls du das gehört hast irgendwo. Andam des 80er-Jahres. Ich weiß nicht, wie lange es das gab. Ja, das ist wieder bei mir so eine knappe Geschichte. Weißt du? Ich bin ja schon wieder Konfetti-TV-Generation. Aber das ist halt das, was nicht so leihwand war. Dafür habe ich Thomas Breziner noch mitgekriegt. Gott sei Dank. Und Tom Turbo. Ja, den liebe ich. Den schaue ich auch uhr gerne in der Story. Den einfach so. Den hätte ich auch gerne mal bei uns zum Plaudern. Thomas Breziner, du bist sicher ein fleißiger Zugehörer von uns. Ganz sicher. Du bist herzlich willkommen bei uns im Podcast. Meld dich einfach mal, gell? Ja, wir werden uns wirklich freuen. Das sind so ein paar wenige, die hätte ich gern. Der Tom gehört dazu. So schaut's aus. Naja, gut. Wo sind wir jetzt wieder gelandet? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir landen werden. Aber es wird schon irgendwas dabei rausgekommen. Wir werden sicher wieder über eine Stunde drehen. Ja, genau. Und dann haben wir wieder eine Stunde nichts gesagt. Und dann wissen wir wieder nicht, was haben wir geredet. Was haben wir 99 Folgen lang geredet. Weil so geht es uns ja oft. Ja, das stimmt. Auf einmal sind wir drinnen in der Blase und dann… Ja, voll. Du hast recht. Dann wissen wir nicht mehr, wo man unten ist. Naja, jedenfalls, da wir den Titel der Folge ja wissen, wissen wir auch circa, worum es heute geht. Es geht nämlich um Projektionen. Um ins Thema einzusteigen, uns geht es heute darum, Projektionen sind ja grundsätzlich ein sehr großes, breites Thema. Das spielt so viel rein. Aber wir zwei, sexy Ziegen, sprechen heute explizit darüber, was Projektionen in der Datingphase mit uns machen und wie du es schaffst, nicht in die Projektionsfalle zu tappen und auch dadurch entspannte und echt, echte Dates erlebst. Das ist wichtig. Weil oft passiert es da heute, dass man sich ein bisschen in der Datingphase verliert und schon sehr viel hineininterpretiert in das Gegenüber und man die Wunschvorstellung hat, die oft sehr, wie soll ich sagen, einen sehr im Außen verlieren lässt, dass er es sein muss, obwohl oft man sich noch nicht mal real getroffen hat. Nicht nur er es sein muss, sondern er es ist. Da hast du vollkommen recht, Stefanie. Das ist eine wüde Geschichte und deswegen wollen wir uns das ein bisschen genauer heute mit dir anschauen, schönste Frau, weil das muss wirklich nicht sein. Ja. Muss man auch so sagen. Es geht ja auch viel um High Value und Göttinnen-Dasein und deine Göttin darf so sehr bei sich sein, dass sie sich in sowas ab sofort, also wenn das bislang passiert ist, ist alles gut und alles verständlich und alles menschlich, aber wir begleiten dich, schönste Frau, immer mehr in dein High Value und dein Göttinnen-Dasein, in deine Göttinnen-Energie und das darf ab sofort einfach sich auflösen, weil du hast es einfach nicht notwendig, weil das hat auch ganz viel mit Selbstwert zu tun und mit Selbstbewusstsein und mit gesunden Abgrenzen und mit auch, es wird halt sicher ein bisschen strenger auch, dieser Podcast, könnte ich mir vorstellen, weil wir das auch, das meinen wir aber ganz liebevoll, aber es hat auch was mit Hirneinschalten zu tun. Ein bisschen Hausverstand. Dass wir da nicht uns da drinnen verlieren irgendwo, wo wir diesen Menschen noch nicht mal gesehen haben, nicht mal kennengelernt haben und genau darum geht es ja auch in der heutigen Folge. Genau dieses Beispiel wollen wir heute ein bisschen aufgreifen, weil wir das sehr, sehr, sehr oft auch als Nachricht bekommen und sehr oft auch als Hilferuf bekommen. Dieses, ich schreibe mit einem Mann schon seit Wochen und habe mich Hals über Kopf verliebt. Er ist es, so wie du es gesagt hast und da geht bei uns der Alarm hundertfach hoch, weil wenn du diesen Mann noch nicht real getroffen hast, dann ist da gar nichts noch, außer maximal ein schreibendes Geflirte und wenn es dir aber passiert, dass du dich da in diese Fantasie eines Mannes verliebst, dann hör ganz gut heute zu. Ja. Das ist ganz wichtig für dich, weil das ist auch, dich da drinnen in einer Projektion zu verlieren hindert auch, hindert dich auch daran, wirklich diese Liebesbeziehung zu bekommen mit diesem wundervollen Mann, den du dir ja erträumst. Da ist ein Block dazwischen, ein riesengroßer. Ein riesengroßer. Ein Wolkenkratzer steht da dazwischen, zwischen Wunsch und Erfüllung. Ja, genau. Wenn man sich in der Projektion verliert. Ja, vor allem kann man sich heute, wir werden heute ein paar Sätze auch so ein bisschen zitieren auch, man kann da ein bisschen hinspüren heute, wo man sich vielleicht auch wieder erkennt, weil man sich da einfach in gewissen Situationen verloren hat. Ja. Wir hatten erst vor kurzem die Geschichte, dass wir gehört haben, nur als überspitzt einmal erzählt, dass am Montag habe ich das Gefühl, das ist er und am Dienstag bin ich mir sicher, weil derjenige hat mich noch nie so gut fühlen lassen. Ich habe noch nie so einen Mann kennengelernt, der mich so gut fühlen hat lassen innerhalb von 24 Stunden. Ja. Als Beispiel nur. Wo es am Donnerstag schon wieder vorbei war, in Wirklichkeit. Weil du sofort reinkippst aufgrund deiner ganz tiefen Sehnsucht, die wir auch nachvollziehen können, bitte. Der große, tiefe Wunsch nach einem Partner, der so groß ist. Aber es wird halt dann wirklich sehr schwierig, wenn man sich verliert in diese Fantasie einfach und sich da irrsinnig viel aufbaut, was ja nicht alles sein muss und dann ist es. Und mein Gefühl sagt, er ist es, aber du hast ihn noch nicht einmal, wie gesagt, gesehen oder vielleicht kurz mal angeschnuppert, so in die Richtung. Das greift man gleich dazu auf. Also es sind so Beispiele, wo geht bei uns der Alarm hoch? Und das sind genau solche Sachen, du schreibst mit dem schon seit Wochen, hast ihn noch gar nicht gesehen. Genau. Du siehst ihn zum ersten Mal und legst dort alles hinein. Auch das trifft dazu. Ja. Also das sind wirklich so diese zwei Hauptbeispiele, die wir einfach mitbekommen, die sich halt auch teilweise wirklich auch häufen. Das ist wohl wahr. Ja. Und dann kommen auch so Sätze wie, es gibt einfach so viele Zeichen, dass wir füreinander bestimmt sind. Ja, ist so. Und das innerhalb, wie du es auch sagst, innerhalb der Kürze der Zeit, das ist ja das. Und so wie du sagst, es geht entweder darum, wir haben ja auch schon viele Geschichten erlebt, wo es wirklich darum geht, dass man auch wirklich lange nur schreibt, die ganze Zeit. Das heißt, man hat wochenlang über Instagram zum Beispiel Kontakt und dann ist man schon im Kopf zusammen und hat sich aber wirklich noch nicht gesehen. Also das kommt auch häufig vor, muss ich sagen. Das ist nicht nur eine Geschichte, die wir ab und zu mal mitbekommen, das kriegen wir sehr oft mit. Gerade durch Social Media, gerade durch Online-Dating und so weiter und so fort. da passiert es halt dann wirklich sehr oft, dass man einfach auch manchmal nur, ich sage es jetzt wie es ist, ein Zitat sieht, das in der Biografie steht bei Instagram zum Beispiel und man sagt, das ist das Zitat, das ich immer spreche, nur um diese Projektion ein bisschen greifbarer zu machen auch. Und man sieht, das ist mein Lieblingszitat, also das muss ja was sein. Der ist doch genauso wie ich. Ja, und da wird es halt dann schwierig. Und auch, wie gesagt, wir gehen halt eh näher darauf ein, auch dieses wochenlange Schreiben und da hineininterpretieren und auch schon diese Erwartung, dass man weiterschreibt, guten Morgen, Schatzilein, gute Nacht und du hast ihn noch nicht einmal wirklich gesehen. Das ist halt wirklich, das sind typische Projektionsfallen, wenn man dann glaubt, das könnte er sein oder, so wie du es so schön gesagt hast vorher, das ist er tatsächlich. Dann hast du dich verloren in einer Projektion, definitiv. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt klar erklärt. Das hast du super gut erklärt. Entschuldige kurz das Gequietsche im Hintergrund. Ich kläre kurz auf, mein Sohnemama. Ich habe jetzt versucht, alles zu halten. Ja, das hast du super gemacht, Lila, weil ich sagte, die Tür so quitscht. Dass keiner mitkriegt. Der wollte jetzt leise reinkommen, weil ich musste ihm seine Ärmel hochkrempeln, ganz leise. Weil die Tür quitscht so sehr, gell? Das ist so süß. Ich habe so viel gelacht. Jetzt habe ich so zahreißen müssen. Aber ich glaube, jetzt hast du das eh aufgedeckt. Falls ich kurz gelacht habe, dann war das, weil ich gesehen habe, die Stefanie verlasst mich gerade und zeigt mir nur, tschüssi, ich gehe einmal weg und gehe meine Ärmel noch aufkrempeln. Also ja. Ich möchte gerne mal ein paar so typische Sätze auch aufgreifen, die wir immer wieder auch zu hören bekommen. Wo bei uns einfach der Alarm hoch schellt, bis zum geht nicht mehr. Das ist zum Beispiel auch dieses, man schreibt gerade mit dem, hat den noch gar nie gesehen und dann schreibt, sagt sie uns, ich habe so einen wundervollen, tollen Mann kennengelernt. Oder sie schreibt mit dem, wir sind immer noch in dem Beispiel, es wird nur geschrieben. Geschrieben, geschrieben. Da wird teilweise heiß geschrieben und da wird teilweise sehr persönlich geschrieben. Da wird sich geöffnet und da wird wirklich, da werden teilweise auch Nacktfotos verschickt. Es werden Emotionen geteilt, es werden Geschichten, alte Geschichten, alte Erlebnisse geteilt. Es wird über die Ex-Partner gesprochen, es wird über die gemeinsame Zukunft gesprochen. All das passiert ja da oft drinnen in dem Ganzen. Und dann sagt er so Sachen, wenn er mal schreibt, dann halte ich es gar nicht mehr aus. Dann bin ich so verliebt und ich spüre seine Liebe. Oder der schreibt mir jeden Tag, guten Morgen, gute Nacht und zwischendurch. Das ist der Richtige. Da steckt bei uns mehr dahinter. Ich spüre es. Und da ist wirklich, wir müssen bei solchen Sachen aufpassen, weil du hast diesen Mann noch nie gesehen. Er ist ein fremder Mann. Du hast ihn noch nicht getroffen. Also da bitte, bitte, bitte sei da vorsichtig, weil wir müssen wirklich auch aufpassen, dass wir uns dann nicht, wie soll ich sagen, auch an Fakes verlieren. Ja, das geht dann auch schnell. Haben wir auch schon oft gehabt an Geschichten. Ja, dass Frauen mit Männern schreiben und sich denken, das ist so nett, der ist so liebevoll. Und am Ende kommt dabei raus, das war ganz was anderes. Nämlich eine Ziege. Ja, genau. Wenn man schon bei den Tieren sieht. Kein Mensch, sondern eine Ziege. Ist aber so. Und da muss man wirklich aufpassen. Und die große Gefahr in diesen ganzen Gefühlsverirrungen liegt wirklich auch darin, dass man zu lange mit einem Mann schreibt. Absolut. Und je länger man da schreibt, desto größer ist die Gefahr der Projektion. Und umso mehr glauben wir, wir haben ihn gefunden. Und ist aber nicht so, weil wir wissen es nicht. Und ein normaler, gesunder Mann hat kein Interesse am Herumschreiben. Der will auch im realen Leben eine Frau treffen. Also da stimmt schon irgendwas nicht. Wenn da zwei Menschen die ganze Zeit da im Schreiben picken bleiben, ist da schon einmal ein ungesunder Faktor drinnen. Und ich würde sagen, das ist eine Red Flag definitiv. Also wenn da jemand einfach immer nur schreiben möchte und irgendwie überhaupt nicht mehr das Interesse hat, ein Date auszumachen oder und. Man macht sich vielleicht eins aus, aber es kommt nie zu einem Date. Dann ist das eine Red Flag. Ganz klar. Ganz genau. Dann ist da was im Busch. Dann hat der vielleicht auch eine andere, der ist vielleicht verheiratet. Der ist, wie gesagt, überhaupt nicht der, der sich ausgibt. Der, was ist jetzt auch nicht Deutsch gehört? Oh ja. Der, der er sich ausgibt. Für das er sich ausgibt. Für den er sich ausgibt. Danke. Und was will ich jetzt sagen? Und das sind alles Red Flags, die man hinspüren darf. Und so wie du sagst, Schäffelan, in Wirklichkeit, der normale Mann will ich einfach bitte im realen Leben treffen. Ganz klare Geschichte. Und zwar relativ zackig. Das braucht er nicht ein paar Wochen, ein paar Monat. Nein. Und er schaut sich das einmal brieffreundschaftsmäßig an. Nein, der hat dich, wie soll ich sagen, gesehen. Ihr habt es kurz geschrieben. Und dann ist auch ganz wichtig, vielleicht habt ihr dann auch beide einmal telefoniert. Muss man halt auch sagen. Weil das ist auch schon einmal ein Unterschied. Und dann wird es auch schon ein bisschen realer, das Ganze. Bis man sich schließlich und endlich im realen Leben trifft. Weil nur dann kannst du dir überhaupt irgendwas sagen. Ja, genau. Und auch nach einem ersten Date bitte ist es noch nicht. Auch wenn es vielleicht da schon dann noch einmal sich vieles bestätigt. Aber auch da hat man alle Zeit der Welt. Und man darf sich da wirklich auch die Zeit der Welt geben. Ja. Ja, ganz klar. Ich möchte da noch gerne ergänzen, nämlich nicht nur er als Mann möchte dich ja gleich, er als gesunder Mann möchte dich gleich treffen, sondern auch du als gesunde, selbstbewusste Frau hast kein Interesse daran, mit einem Mann lang herumzuschreiben. Ja. Und wir erleben wirklich sehr oft, es kommt dabei nie was raus. Also es heißt, wir haben noch nie in unserer ganzen Karriere mit den vielen, vielen tausenden Menschen, Frauen, mit denen wir gearbeitet haben, haben wir noch einmal den Fall, gehabt, gar nicht noch, nämlich, dass aus so einer WhatsApp-Brieffreundschaft eine ernsthafte Beziehung herausgekommen ist. Haben wir noch nicht erlebt. Weil wenn zwei gesunde Menschen aufeinandertreffen, die wollen schnellstmöglich wissen, wer ist denn der Mann? Man hat ja den Drang dazu, den kennenzulernen, sowohl er als auch du als Frau, weil du genau in solche Sachen nicht reintappen möchtest. Du hast erstens keine Zeit und keine Lust, mit einem Mann die ganze Zeit hin und her zu schreiben. Zweitens ist es dein Standard, bitte. Das darf ganz klar dein Standard sein, dass du einen Mann kennenlernen möchtest, dass du einen Mann kennenlernen möchtest, der dich relativ zeitnah auf ein Date ausführen möchte, der dich verwöhnen möchte, der dich kennenlernen möchte, der mit dir ausgehen möchte. Das ist ein Standard und wenn dieser Standard nicht erfüllt ist, weil der sich hinter den Tasten versteckt, dann ist das kein Mann, der dich real interessiert. Und so wie die Lila gesagt hat, das ist, man lernt sich, keine Ahnung, online kennen, auf welchem Weg auch immer. Das kann über eine Online-Dating-Plattform sein, das kann über Instagram, keine Ahnung, was Facebook schreibt man sich an heutzutage und so weiter. Das darf alles sein, bitte. Dann darf Zeit, finde ich, am allerschönsten darf das so laufen, passt. Man schreibt ein, zwei Tage, aber das nicht ins Persönliche rein. Dann geht es im nächsten Schritt, lass uns telefonieren und am besten macht man sich bei diesem Telefonat aus, wann man sich trifft. So ist es. Und dann kommt es schon innerhalb der nächsten, ich sage jetzt mal ein bis maximal drei Wochen zum Date. Und dort schaust du dann an, weil dort siehst du dann seine Gestik, seine Mimik, seinen Geruch, wie geht er mit der Kellnerin um, wie verhält er sich dir gegenüber, hält er die Tür auf, wie benimmt er sich dann, wenn es ums Zahlen geht. Man kriegt da ja so viel mit, wie lacht er, wie spricht er, wie seine Stimme, wie seine Körpersprache, wie ist er wirklich, was da erst sehe ich dir mal. Reizt er mich, gibt es da irgendwie für mich auch Potenzial, sage ich jetzt mal, dass es zum zweiten Date kommt, nicht bitte Potenzial, dass es ist für die Heirat, Hochzeit, sondern dass es zum zweiten Date kommt. Habe ich Lust, ihn weiterzusehen, weiter kennenzulernen? Habe ich noch mehr Fragen, die ich ihm gerne stellen würde? Diese ganze Geschichte. Ich wollte nur noch kurz ergänzen, weil oft ist es so, dass man im gesunden Beziehungskontext ja auch keine Lust hat, dass man mit dem schreibt, natürlich die ganze Zeit. Und eigentlich hat man ja auch keine Zeit, weil das ist ja dann oft leider Gottes auch so in der Projektionsfalle, wenn man dann reintappt, dass man auch diese Fantasie an sich ja noch absolut auf ein Podest stellt. Und dass man ja sehr viel auch hier sich total danach ausrichtet, wann die nächste Nachricht kommt, Uwe schreibt einmal, Uwe schreibt einmal, und eigentlich darfst du dir auch hier bitte, das ist ja einer unserer oft gesprochenen Sätze, dein Leben bitte weiterhin gestalten, bis es natürlich dann zu einem Treffen mal kommt und dann gestaltest du trotzdem dein Leben weiter und schaust halt einfach, wie es ist. Aber schwierig wird es ja dann auch, wenn man den noch nicht einmal gesehen hat und der ist aber schon auf einem Podest oben. Man verliert sich dann und widmet sehr viel mehr Zeit, Aufmerksamkeit und Raum einem Menschen, den ich überhaupt nicht kenne. Ja, muss man einfach sagen. Und das ist, ich bitte noch einmal, nicht High Value. Nope. Das ist nicht Göttinnenenergie. Die Göttinnenenergie ist die, die ihre Standards kennt, die weiß, was sie wert ist. Und das ist viel, viel, viel mehr, als mit irgendeinem Mann da herumzuschreiben. Und die Lila hat es eh schon gesagt, die große Gefahr ist, das haben wir sehr oft erlebt, sind zwei Faktoren. Entweder er ist ganz wer anderer, als er vorgibt zu sein, hat irgendeine Fake-Geschichte sich erfunden und da gibt es auch bitte diese Geschichten, wo es dann um Geld und sowas geht. Ja. Und Variante zwei, der ist in einer Beziehung und der langweilt sich gerade. Der holt sich das Feuer über dich rein. Und schreibt mit dir dann, wenn die Frau nicht da ist oder wenn er am Weg zur Arbeit ist oder Sonstiges und da gibt es diese Geschichten, wo es dann heißt, lass uns telefonieren und es kommt nicht zum Telefonat, weil er da dann plötzlich nicht kann. Weil die Frau wieder da ist. Weil die Frau da ist wieder. Daheim ist. Genau. Und das ist wirklich auch etwas, wo wir uns, deswegen sagen wir auch Hausverstand einschalten, Hirn einschalten, wo wir uns auch als Frau ein bisschen schützen müssen, bitte. Da geht es wirklich auch um den Selbstschutz und deswegen, wenn das sympathisch ist beim Schreiben und ich mir denke, ich möchte den gerne kennenlernen, dann geht es darum, den wirklich real zu treffen und dann schauen wir alles andere weiter. Und auch danach kippt man nicht bitte in eine WhatsApp-Brief-Freundschaft rein. Das heißt nicht, ich habe ihn jetzt einmal gesehen und jetzt schreiben wir da hin und her, sondern du bist ja eine Frau, die sich eine feste Liebesbeziehung wünscht, sonst wärst du ja höchstwahrscheinlich nicht so sehr bei uns. Richtig, genau. Und wenn du dir eine feste Liebesbeziehung wünschst, dann darf das auch, wie soll ich sagen, vorwärts gehen. Aber dieses Schreiben hängen bleiben, das geht dann in Richtung irgendwann Brösserl-Verteiler. Das geht dann in Richtung, wir haben eine Brieffreundschaft, auf moderne Art und Weise, aber es ist eine Brieffreundschaft. Wir sehen uns nicht, aber wir tauschen uns da alle unsere tiefen Gefühle aus. Wir sind in Kontakt und sind in Verbindung und spüren das, weil wir müssen uns ja gar nicht sehen. Es passt schon so. Und da kommen ja auch oft solche Geschichten mit, ich glaube, das ist mein Seelenverwandter und deswegen akzeptiere ich all das. Und deswegen, wir schaffen es zwar nicht zeitlich, wir kommen nicht zusammen. Nein, mit einem echten, gesunden Mann, der auch Interesse an dir hat, stockt das nicht. Oft ist es ja so, dass man auch sich durch das Schreiben viel leichter öffnen kann, weil man sich natürlich nicht ganz konfrontieren muss und beziehungsweise, sagen wir es mal so, sich ganz zeigen muss. Oft schützt man sich ja davor, quasi sich selbst zu zeigen, weil man natürlich Angst hat, abgelehnt zu werden oder vielleicht wieder auch enttäuscht zu werden, dass es eben nicht ist. Das ist ja das Spannende, was da drinnen steckt. Oder dass man abgelehnt wird. Genau. Das ist das Thema. Ablehnung, Enttäuschung, wieder weitersuchen müssen und ich bleibe lieber da drinnen in dem Ganzen, weil da tut es dann wenigstens auch nicht weh. Und dadurch mache ich mir selber, wie soll ich sagen, da sind wir wieder bei dem Low-Value auch. Ich halte mich so klein, dass ich mir denke, es reicht mir, dass ich Brieffreundschaft habe in Wirklichkeit und das war's. Mir reicht das sogar. Und da sind wir wieder ganz weit weg von einer unserer weiteren Lieblingssätzen. Du verdienst das große Ganze, weil das ist nicht einmal nur ansatzweise durften, in Wirklichkeit. Natürlich sind wir da durch unsere Ängste gesteuert, aber man darf da wirklich immer wieder hinspüren. Und so wie du sagst, es geht um Selbstschutz, auch um Selbstwert. Ich bin mir doch selbst viel mehr wert, als dass ich mit irgendeinem Fremden da einfach Ewigkeiten hin und her schreibe. Und wenn du das Gefühl hast, du tappst da hinein oder bist da hineingetappt in der Vergangenheit, dann darfst du dir das auch anschauen. Wenn du, wie gesagt, wenn da Ängste drinnen sind oder ein mangelnden Selbstwert oder all diese Geschichten, dann ist das ein Spiegel für dich, den du jetzt da vor die Nase gehalten bekommen hast und darfst da hineinschauen und dir anschauen, was hat das denn mit mir zu tun? Warum tappe ich denn da in so eine Brieffreundschaft hinein? Warum tappe ich in so eine Projektion hinein? Warum verliebe ich mich in einen Mann, den ich noch gar nicht gesehen habe? Und warum ist mir das genug? Warum reicht mir das? Wo darf ich noch mehr mein Herz öffnen? Wo darf ich noch viel, viel, viel wertvoller mit mir selber umgehen? Dass dann in Wirklichkeit auch dieser tiefe Herzenswunsch nach einer echten, ernsthaften Liebesbeziehung erfüllt werden kann. Ganz genau. Groß denken. Das ist noch lange nicht in Wirklichkeit. Und das ist genau der Punkt, weil wenn du deinen Wert kennst, wenn du weißt, wer du bist, wenn du um deine Standards weißt, dann interessiert dich das nicht. Ich möchte es noch mal betonen, du lässt dich auf das nicht ein. Für dich ist ganz klar, du wirst einen Mann, der dich erhobert, der Interesse an dir zeigt, der dich sehen möchte, der sich was überlegen möchte. Das ist dein Wert. Ja, genau. Und wenn du dich da runterlässt und dich mit kleinen Bröseln zufrieden gibst, wie mit ein paar lieben Nachrichten, weil das sind nicht mehr als ein paar kleine Bröseln. Nicht einmal in Wirklichkeit. Dann darfst du da wieder in deinen Spiegel hineinschauen und dir anschauen. Und manchmal braucht es dazu auch Unterstützung von außen, warum du da hineintappst. Genau. Und wichtig ist auch ein weiterer Satz, den ich zitieren darf. Aber es ist einfach so wichtig auch in dem Kontext. Der Richtige ist frei und bereit, sonst ist er nicht der Richtige. Ich möchte das jetzt auch noch einmal kurz aufgreifen. Und wenn er sich mit dir nicht treffen will, wenn er nur schreiben will, wenn er Ausreden hat, warum er sich nicht treffen kann, ist er weder frei noch bereit. AKA nicht der Richtige. Ganz klar. Wenn das mit frei und bereit nicht erfüllt ist, dann braucht man gar nicht weiter denken in Wirklichkeit. Ja, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Um auch dann im Endeffekt noch ganz kurz dazu auch, nicht enttäuscht zu werden. Ist ja auch oft das Thema, dass dann eine kippst in diese Projektionsfalle, schreibst, 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 dann vielleicht kommst du zu einem Treffen einmal und du bist bitter enttäuscht. Anders als gedacht, anders als erwartet. Weil im Schreiben schon ganz viele Erwartungen aufgebaut worden sind, weil schließlich und ähnlich ist es ja. Und viel Fantasie. Und auch diese Geschichten. Sieben Kinder kriegt schon. Auch dieses, man schreibt mit ihm und hört in der Fantasie schon seine Stimme dazu. Man sieht, wie er ist, wie er tut. Man hat eine ganze Fantasie aufgebaut. Unsere Frauenhirn ist ja da irre. Wirklich. Das gestaltet ja einen ganzen Film. Wie er mich berührt und wie das so ist und wie das da wäre und keine Ahnung was. Und dann kommt es zu diesem realen Treffen und dann ist plötzlich die brutale Ernüchterung. Dann lacht er plötzlich ganz komisch. Dann hat er so ein komisches im Lachen drinnen zum Beispiel. Oder hat er plötzlich ganz kleine Hände. Das hören wir alles. Ja, ist so. Wenn es dann zum Treffen kommt, kommt dann oft wirklich der harte Knall auf den Boden. Da setzt du zu deinem Arsch. Oder der Kleiderstil passt nicht. Ja. Haben wir auch schon gehabt. Ja. Das war nichts für mich. Gefällt mir nicht. Oder wie auch immer. Er ist ganz anders als gedacht. Ja, weil wir ihn nicht kennen. Genau. Deswegen ist er ganz anders als gedacht. Du kennst ihn gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich sich zeitnah zu treffen. Das ist wirklich, das muss, muss ich fast sagen, ein einster Standard sein. Absolut. Absolut. Wenn sich da innerhalb der ersten paar Wochen nichts tut und der da nicht in die Gänge kommt, dann danke. Dann steige ich aus. Dann darf dir auch deine Zeit wertvoll genug sein, dass ich mich nicht weiter mit ihm auf eine Brieffreundschaft einlasse. Ganz klar. Und auch, was ich auch noch betonen möchte, ich möchte ja auch ehrlich gesagt nicht mit einem fremden Menschen meine persönlichen Gedanken austauschen, solange ich nicht einmal weiß, wer der ist. Wer das ist. Das wäre ja bei mir schon einmal, wo ich mir denke, na ganz sicher nicht. Ich kenne dich nicht. Du erfährst von meiner Tiefe, meiner Seele, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen. gar nichts. Ja, in Wirklichkeit erfahrt der Gott nicht einmal, wie geht es dir? Danke gut. Ja. Oder dein Geschlecht. Weil ich nicht weiß, wer das ist. Wer bist du wirklich? Was machst du mit der Information? Mag ich dich im realen Leben? Bist du der, der du vorgibst zu geben? Ich möchte dich jetzt gerne mal kennenlernen. Das klingt jetzt alles wieder sehr streng, aber das sagen wir deswegen so streng, weil es halt bei dem Thema, da geht es wirklich um was. Das müssen wir mit aller Deutlichkeit so betonen. Weil im Normalfall ist das ja ganz entspannt. Man lernt, auf welchem Weg auch immer einen Mann kennen. Man telefoniert in der ersten Woche, man macht sich in der ersten, zweiten Woche, wenn es zeitlich passt für beide, einmal ein Treffen aus und alles ist gut. Da hat auch keiner das Interesse. Das ist schon eigenartig, wenn man dann am Anfang gleich in diese Schreiberei so reinkippt. Und auch muss man aufpassen, oft viele Männer, denen ist langweilig, die sind gar nicht auf der Suche nach einer Partnerin und wollen dann schnell in die ein bisschen perverse, versaute Schiene rein. Ja, genau so ist es. Und die Frauen merken dann oft, das ist mir unangenehm und dann kriegen wir dann auch Nachrichten, wie kann ich da wieder zurückrudern? Ich habe schon ein Foto, schlafen, ganz genau. Kann ich das noch? Und jetzt verliert er das Interesse, sie glaubt dann, er verliert das Interesse aufgrund dessen, na, der war gar nicht niemals real interessiert. Der wollte, Entschuldigung, ich sprich es aus, der wollte wichsen oder keine Ahnung was. Ja, und hat ein Foto gehalten. Ein bisschen aufgeilen in der Nacht, meistens passieren ja diese Schreibereien dann in der Nacht, spätabends. Da gehen dann die Fantasien in alle Richtungen und wir als Frau steigen auf das ein und kennen den gar nicht. Wo ist denn da bitte unser Stolz auch? Richtig. Und oft ist ja auch dann, kommen ja dann diese Nebensätze oder diese Gedanken, weil man denkt, das ist, ich habe was falsch gemacht. Ja, genau. Der Fehler liegt bei mir, ich war nicht sexy genug. Ich habe ihm nicht das gegeben, was er wollte. Ich habe nicht reagiert oder sexy genug reagiert. Die Sexbombe. Oder auch lustig genug, interessant genug, cool genug, was auch immer, was auch immer der Verstande dann einreden möge. Und das ist halt das, wo wir auch so den großen Alarm da wieder laut los schreien, weil der Fehler liegt niemals bei dir. Da wären wir dann richtig, das berührt uns wirklich sehr und da wären wir auch sehr emotional, wenn wir sowas dann mitbekommen, weil nein, der Fehler liegt nicht bei dir. Und das ist genau das Thema. Wir drehen uns da wirklich in einem, muss ich so sagen, es ist in einem Teufelskreis, der Illusionen. Ja. Und sind dabei dann auch oft im Nebeneffekt irrsinnig selbstkritisch, weil wir schon wieder irgendwo irgendwas falsch gemacht haben. Oder weil wir schon wieder nicht das erfüllt haben, was wir hätten erfüllen sollen dem Gegenüber, damit er bleibt. Ja. Und wieder weg ist. Und das ist halt wirklich schlimm. Und das passiert ja so oft, Lila. Ja, eben. Da ist ja dann oft wirklich auch, ohne dass es jemals zum Treffen kam, plötzlich wortlos weg. Ja, genau. Ganz genau. In einem Ghosting mit einem Menschen, den wir noch nie im realen Leben gesehen haben, fallen in einen tiefen Liebeskummer, obwohl wir den nie getroffen haben. Ja, genau. Und das ist ganz wichtig, weil das kriegen wir auch so oft mit, wie viele Frauen dann zu Hause leiden und wirklich schlimmen Liebeskummer haben, was wir ja absolut wirklich verstehen. Aber so weit muss es gar nicht kommen, bitte. Da hast du dich schon so verloren, dass du dann danach, wenn der wieder weg ist, hast du dich schon so in diesen Projektionen und in der Fantasie verloren, weil du schon wirklich davon überzeugt warst, das hätte der ideale Partner sein können. Ich habe mich schon verliebt. und dann haut der einfach ab, gibt es einen Kontaktabbruch, der ghostet und das tut saumäßig weh. Absolut. Man hat das Gefühl, einen Partner verloren zu haben. Auch einen, wirklich so eine Art Bezugsperson dann. Ja. Mit dem man doch alles geteilt hat. Ich zitiere einen weiteren Projektionsfallensatz. Einer, der mich wirklich mal versteht. Nein, tut er nicht. Der ist nämlich nicht einmal real. Ganz wichtig. Und dann ist es auch oft so, ich meine, der Liebeskummer ist da. Wirklich, das ist eh schon so gut gesagt, aber wie arg ist das, dass das überhaupt so weit kommen kann, dass man enttäuscht wird von einer Illusion? Das ist dann die Enttäuschung. Richtig. Wir wachen auf brutalste Art und Weise auf und sehen das Ende der Täuschung. Richtig. Ich wurde getäuscht. Ich habe mich täuschen lassen. Das ist eigentlich noch exakter. Das ist das, was noch mehr wehtut auch in Wirklichkeit. Nicht nur ich wurde getäuscht, sondern ich habe mich da reinlassen. Und dann kippst wieder eine in die Selbstzweifel und sagst, ich bin ja so ein Fuhltrottel. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Um Gottes Willen. Vor allem auch, wenn dann wirklich so viel mehr Themen noch mit reinspielen, weil, so wie du es schon vorher angesprochen hast, man kriegt ja oft mit, dass da schon wirklich Geld überwiesen wird oder so. Weil da jemand etwas mehr braucht als Kontakt oder Pseudoliebe. Sondern da geht es dann wirklich um viel mehr. Das ist dann halt wirklich die ganz krasse Variante, aber es passiert relativ schnell. Und so oft auch. Und man glaubt, es fallen da irgendwie so alte Großmütterchen auf den Telefondrick ein, auf den Neffondrick. Nein, das ist wirklich jede Altersklasse, jedes, jeder Bildungsstand, das ist egal was, egal wo du sozial stehst oder Sonstiges, das passiert überall. Richtig. Und dafür müssen wir uns wirklich auch schützen. In der heutigen Zeit, in diesem digitalen Zeitalter, wo so viel online läuft, müssen wir wirklich aufpassen. Und aufpassen können wir nur dann, dass wir nicht in diese Projektionsfalle tappen, indem uns das auch bewusst ist. Wir schauen uns ein paar Tipps an. Das war jetzt der stille Moment. Wir stachen uns gegenseitig an. Was machen wir jetzt? Wer sagt was? Ich sagst, du sagst. Nein, genau das machen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt einmal ab. Wir haben ein paar Tipps natürlich auch, was man machen kann, um da nicht hineinzutappen, damit man nicht da reinfällt. Und das Erste ist einfach einmal, dass einem wirklich bewusst ist, auch klarzumachen, wenn ich mich da schon verloren habe und mich in einen Mann verliebt habe, dann darfst du dir mal bewusst sein, alles, was du da jetzt einmal an diesem Mann siehst, ist deine Projektion. Und du darfst auch wirklich da tief hineingehen in dich und hinspüren, was du wirklich möchtest und dass du eine High-Value-Göttin bist. Bitte, Korschi. Und wenn dir dieses Wort High-Value und Göttin zu hoch gestochen ist, du bist eine gestandene Frau. Dann sagen wir es einfach so. Du bist eine gestandene Frau und die gestandene Frau möchte einfach einen Mann, der sie wirklich ausführt. der sie kennenlernen will. Falls man mich tippen hört, ich schreibe kurz. Der reales Interesse an dir hat. Der möchte nicht nur, du mühst keinen Mann, der mit dir hin und her schreiben will. Das will eine gestandene Frau nicht. Und eine Göttin und eine High-Value-Frau alle miteinander, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Was mich zu Tipp 2 führt, Impuls 2 von uns, Herzensimpulse sind das auch, von tiefster Seele heraus. Wir haben es heute schon angesprochen, aber ganz wichtig auch, ignoriere die Red Flags nicht. Weil die zeigen sich sehr früh. Nur oft kippt man halt dann eine. Und deswegen, ganz wichtiger Tipp, und ich spreche den Satz noch einmal aus, der Richtige ist frei und bereit. Sonst ist er nicht der Richtige. Frei und bereit bedeutet, dass auch frei und bereit ist, für mindestens einmal das erste Date. Mindestens. Und deswegen darf man immer wieder hinspüren, weil gerade natürlich, wenn man sich verliert und die Projektionsfalle rennt, ist es immer sehr schwer, weil man diese Red Flags natürlich dann auch gern übersieht. Aber wenn der sich nicht treffen will, kann, immer wieder Ausreden findet, lieber schreiben will, fühlt er sich besser, fühlt er sich sicherer. Gibt es auch. Dann ist es ein Red Flag und dann ist es nicht dein Richtiger. Never ever. Das ist ganz wichtig. Herzensimpuls Nummer drei. Wenn du mit einem Mann schreibst, dann kurz und knackig. Wirklich, das geht um die ersten paar Tage, schreibt man kurz und knackig. Das hält man auch grundsätzlich kurz. Es geht eher darum, sich wirklich auch Dinge auszumachen, wann wir uns treffen und diese Geschichten. Aber nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht ein paar, das eine oder andere liebevolle Guten Morgen, wie geht es dir? Aber nett, ich tausche mich nicht über die Nachrichten, über meine Vergangenheit aus, über meine Gefühle aus, über meine Gedanken aus. Das findet da nicht statt, sondern das findet im echten Leben, beim Kennenlernen statt. Da tratschen wir dann, da gehen wir in die Tiefe. Und man muss ja auch da bitte hinspüren. Wenn wir das jetzt kurz mal ins reale Leben rüberlegen, wie schnell erzählst du das, einem fremden Menschen auf der Straße deine geheimsten Fantasien und Gedanken? Wie schnell würdest du einem fremden Menschen auf der Straße ein Nackertsbüdel von dir zeigen? Nacktfoto. Nein, gar nicht wahrscheinlich. Und wenn du den Mann im realen Leben triffst, dann wird sich das auch aufbauen. Das Vertrauen wächst ja immer mehr. Umso mehr man sich kennt, umso mehr öffnet man sich. Es ist ja auch, wie soll ich sagen, es ist ja auch nicht gesund, gleich alles von dir her zu geben. Auch nicht beim realen Treffen, bitte. Nein. Das ist ja auch nicht normal, dass ich dann gleich meinen ganzen emotionalen Misskübel da ausschütte. Sondern man lernt ja mal auf lustige Art und Weise, und das fangt einmal oberflächlicher an, bitte, an Menschen kennen. Ja, man beschnuppert sich ja mal. Deswegen haben wir auch immer so viele Alarmsignale bei dem Satz, ich habe jemanden kennengelernt. Und man hat ihn aber noch nicht einmal ansatzweise kennengelernt, weil kennenlernen geht erst über Monate. Ja. Monate. Manchmal Jahre in Wirklichkeit. Weil du manchmal noch nicht einmal genau weißt, weil da immer wieder neue Charaktereigenschaften, Eigenarten rauskommen und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Ja. Was mich zum nächsten Impuls führt, Stefan, ist das in Ordnung? Einmal ein Herzensimpuls. Wir haben es eh schon angesprochen, nochmal ein ganz knackiger Herzensimpuls. Weniger chatten, mehr telefonieren. Und, ganz ein wichtiger Tipp, Facetimen. Das ist eine ganz gute Idee. Weil da hast du ihn schon einmal face to face, also Videotelefonie, wo du wirklich einmal den siehst, den wahrnimmst, schon ein bisschen mehr, ein bisschen blotast, ein bisschen die Stimme hörst, ein bisschen schaust, wie er so ist. Da warst du auch noch nicht viel. Ich sage es gleich nochmal dazu. Aber man schnuppert sich schon einmal gut an. Und dann Treffen. Ganz wichtig. Man sieht ein bisschen mehr. Und man sieht auch zumindest, ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Ja. Ist das wirklich oder ist das irgendwie ein, keine Ahnung, was kriegt man da immer so zugeschickt? Man kriegt da von so US-Army, ja, der schreibt dir, ja, und in Wirklichkeit ist es irgendein Inder, der gerade, weiß ich nicht, Mundschutz zusammen näht. Ja. Wirklichkeit am Boden sitzend, ja. Ich finde auch, dass es schon sehr viel aussagt, ob dieserjenige bereit ist für ein FaceTime-Videotelefonat oder auch da irgendwie sagt, nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Weil wenn man sich dann wirklich einmal zeigt, auch sein Gesicht, oder was in der Umgebung, oder wir haben das schon so oft gehabt, man geht dann gemeinsam beispielsweise spazieren mit einem FaceTime und nimmt sich einfach gegenseitig ein bisschen mit. Auch nicht über Stunden, bitte, ja. Das ist ganz wichtig. Aber das macht schon einen Unterschied und du kannst auch für dich, und darum geht es ja in Wirklichkeit, auch hinspülen, ob du dich mit dem wirklich treffen magst. Weil vielleicht kommt da irgendwas, wo du da denkst, ich weiß es nicht so genau, passt nicht so wirklich, oder ich überlege es mir noch. Muss ja nicht jetzt entschieden werden, aber das ist genau das Thema. Man kippt nicht so schnell ein, man beschnuppert sich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt in Wirklichkeit, gell? Ganz genau. Ein weiterer wichtiger Herzensimpuls ist auch, du darfst wirklich auch, weil oft kippen wir in sowas aus der Bedürftigkeit heraus hinein. Und du darfst dir das wirklich auch anschauen, du darfst dich um deine Bedürfnisse wirklich kümmern, du darfst deine Bedürfnisse mal entdecken, wonach sehnst du dich so sehr? Ist es die Zweisamkeit, dann lerne mit dir allein zu sein, ist es die körperliche Nähe, dann schenke dir ganz viel körperliche Nähe, ist es Intimität, dann darfst du mit dir selbst mal intim werden und damit meine ich jetzt nicht auf der sexuellen Ebene, sondern wirklich dich annehmen lernen mit allem, was zu dir gehört, dich mit dir zu verbinden. Weil wenn du dich um dich wirklich, wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, mit allem, was dir wichtig ist, dann tappst du da auch nicht so leicht hinein. Dann lass du dich auf das nicht ein. Und dann werden dir, Herzensimpuls, Nummer was auch immer, ich habe leider nicht mitgezählt, werden dir auch deine Standards bewusst. Es wird dir dadurch auch klar, was du wirklich willst. Und dann darfst du noch einmal hinspüren für dich. Suchst du wirklich eine Brieffreundschaft mit einer Illusion? Oder möchtest du von einem Mann ausgeführt werden, auf ein Date eingeladen werden, erobert werden, einen Mann auf realem Wege immer mehr kennenlernen? Und auch, ich möchte auch nochmal betonen, diese Dating-Phase an sich, wir haben ja dazu einen super Podcast auch schon, wo mir jetzt der Titel nicht einfällt, aber dieses Daten, Weiblichkeit beim Daten auch, ich glaube das war, da war das drinnen, darf ja auch Spaß machen. Wagt dich raus aus, in diese reale Welt auch bitte. Darum geht es ja. Du brauchst wirklich nicht dich zu Hause verstecken am Sofa und schreiben, 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 auch vielleicht oft mit parallel mehreren Männern, das haben wir ja auch oft. Man hat ja nicht nur eine Brieffreundschaft, manchmal sind es sogar sieben, weil du dann nur schreibst, 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 schreibst und mit keinem kommst du zu einem realen Treffen. Und deswegen raus ins reale Leben, runter von der Couch, triff dich mit ihm, mach da einen schönen Abend, einen schönen Tag, schönen Spaziergang. Das macht das Leben ja aus, dass man uns da auf dieser Ebene auch mit fremden Menschen in irgendeiner Form austauschen und schauen, wen es dann noch so gibt. Und wenn es nicht passt, dann halt nicht. Es ist nichts passiert in Wirklichkeit. Also man darf da wirklich ganz mutig sich in die Liebe auch stürzen in Wirklichkeit. Die Liebe will ja, dass du rausgehst. Und die Liebe möchte nicht, dass du dich daheim versteckst auf der Couch und schreibst, schreibst, schreibst mit irgendwelchen fremden Menschen. Die will, dass du dann einfach dich mit dir verbindest und dann einfach hinspürst, was will ich da draußen. Und das hole ich mir als High-Value-Frau, die ich bin, als Göttin, die ich bin. Ganz wichtig. Und wenn es dich da, wie soll ich sagen, wenn es in dir da etwas dich zurückhält, das komme ich zum Herzenstipp-Nummer, ich weiß es auch nicht mehr, geht es wirklich darum, dass du dein Selbstwertgefühl stärkst, dein Selbstvertrauen stärkst, dass du dich wirklich deinen Wert entdeckst für dich. Weil wenn wir uns mit so wenig zufrieden geben, verkaufen wir uns sowas von unter unserem Wert. Komplett. Aber wie? Und deswegen darfst du da wirklich, gerade das Selbstwertgefühl ist da essentiell in dem Ganzen drinnen. Was bin ich wert? Richtig. Und ich bin es wert, dass da draußen ein Mann da ist, der mich kennenlernen möchte, der sich anstrengt, der mich erobert, der sich wirklich was überlegt für mich, der echtes Interesse an mir zeigt. Genau. Ich bin es wert, dass ich auch nicht in so einen Scheiß reinfall bitte, wie irgendein Fake, der mich da vielleicht ausnutzt. Das hat alles was damit zu tun, dass du weißt, was du wert bist. Und das ist wirklich ganz essentiell. Stärk dein Selbstvertrauen, stärk dein Selbstwertgefühl. Setz dich mit dir auseinander, setz dich auch mit deiner Vergangenheit auseinander, wenn da irgendwo was ist, was dich da stolpern lässt, bitte. Was uns zum Abschluss Herzensimpuls fühlt. Und zwar, ganz klare Geschichte, wir tauschen die Fantasie gegen das reale Leben aus und erschaffen uns, wie schon vorhin gesagt, Momente im realen Leben, die sich da draußen abspielen. Und es geht nicht darum, dir vorzustellen, wie es mit ihm wäre, wenn du ein romantisches Date hättest zum Beispiel, oder was er wohl machen würde, wenn er dich ausführt, sondern du darfst das auch wirklich in der Realität herausfinden. Du darfst im realen Leben kennenlernen und dieses Date passieren lassen. Und nur so kannst du herausfinden, wie gesagt, ob es Red Flags noch gibt, so richtige Red Flags auch bitte, ob es zwischen euch harmoniert und natürlich, ob es ein zweites Date gibt, oder nicht? Weg mit der Fantasie, rein in die Realität, in die schöne Realität, in das bunte Leben, das so viele wunderschöne Geschenke für dich bereithält. Ja, genau. Darauf dürfen wir uns noch mehr ausrichten, dass das Leben für dich ist und dass alles immer passiert, was richtig für dich ist. Ganz klar. Du brauchst dich nicht verstecken, in keinster Weise. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn dir das vielleicht jetzt passiert ist und du da reingetappt bist oder so eine WhatsApp-Brief-Freundschaft, da irgendwie, du dich darin verloren hast, dann ist genau das für dich. Dann steckt darin ein großes Geschenk und ein wertvoller Spiegel. Und du darfst wissen, es ist alles gut, es ist menschlich und passiert manchmal. Aber gleichzeitig darfst du auch wieder wirklich den Weg zurück zu dir finden. Du darfst dich mit dir auseinandersetzen. Du darfst schauen, was zeigt es mir darin? Warum ist mir das passiert? Und du darfst wirklich auch den Fokus eines unserer Lieblingssätze ganz stark auf dich setzen und wieder auf dich richten, weil du hast dich da wirklich verloren darin und hast deinen Fokus viel zu sehr auf diesen Mann oder diesen Fake oder diesen Brief-Freund, sage ich jetzt einmal, gerichtet. Und nichts anderes geht, als dass du wirklich wieder zu dir zurückkommst, dass du dir das anschaust und dich auch auf dich einlässt und dir auch deine alten Geschichten anschaust, deine Schattenthemen, all das, was du an dir nicht annimmst. Darfst du hinschauen? Das ist auch das, von dem wir sprechen. Wenn wir von Intimität sprechen, geht es wirklich darum, so intim mit dir zu werden, dass du dich als Ganzes, mit allem, was zu dir gehört, immer mehr und mehr annimmst. Das ist die wundervollste, starke Aufgabe in dem Ganzen drinnen. Deswegen steige aus der Projektion aus und auch aus dieser Dauerbeschäftigung rund um ihn und lass dich ein aufs Leben, auf die Liebe und auf dich selber. Lenke den Fokus auf dich. All die Liebe, und das ist auch ganz wichtig, und wir wissen, wie viel Liebe du in dir trägst, weil du bist ja bei uns als verrücktes Liebeswesen, so wie wir zwar. Das heißt, du hast ganz viel Liebe in dir und all die Liebe, die du zu geben hast, dieser ganze Haufen an Liebe, jetzt kommt's, den darfst du jetzt mal auf dich richten und dir selber schenken und herausfinden, was du brauchst, um dich für eine ernsthafte und gesunde Liebesbeziehung zu öffnen. Auch die mit dir selber, bitteschön. Ganz wichtig. Gerade die mit dir selber. Gerade. Stefanie, vollkommen richtig. Die Ziege hat gesprochen. Die sexy Ziege, bitte. Immer sexy. Und es ist einfach nur großartig und sonst wärst du auch nicht bei uns, bitte, wie sehr du dich immer wieder auf dich selber einlässt. Auf die Liebe und auf unseren, wie die Steffi immer so schön sagt, salzigen Finger. Auf die Stränge in uns, die Brudelnocker der Ehrlichkeit, die sind nicht so lustig immer wieder. Aber wir spüren auch bis hierher, wieso du immer mehr und mehr bei dir ankommst und natürlich auch spürst, was du wirklich willst und wie wertvoll du bist und dass du das große Ganze verdienst. Und zwar das große reale Ganze, um noch einmal darauf den Fokus zu richten. Weil du eine Göttin bist und alles verdienst. Und ich möchte es auch noch kurz als kleines PS hinzufügen, keine Sorge, wir sind sowieso immer an deiner Seite. Also kann sowieso nicht schief gehen. Wir sind nicht da eine Brudelnocker der Familie, wir sind alle irgendwo schon mal eine tappt in irgendwelche Geschichten, wo wir uns gedacht haben, Mensch, bin ich da ein Trottel? Was habe ich mir dabei gedacht? Kennen wir alle? Da bist du nicht alleine. Und sehr viele haben genau dieses Thema. Wir sind da alle nicht allein. Deswegen sind wir auch alle miteinander verbunden und zusammen. Wir wollen nur, dass du weißt, der Fehler liegt niemals bei dir. Und du verdienst einfach wirklich genau das, was sich dein Herz all wünscht. Und hör in die Manifestation-Folge rein, er wird sich auch erfüllen. Und zwar mit Leichtigkeit. Folge 97. Dankeschön. Das hast du schön gesagt. Genau so ist es. Wirklich. Genau so ist. Und um nichts anderes geht es. Und alles ist gut. Und wir haben eh uns. Kann nichts passieren. Kann nichts sein. Alles leibernd. Alles. Alles und alles, was passiert ist, ist einfach menschlich. Weil sonst wäre es nicht passiert. Genau. Es gibt nichts, was da nicht menschlich ist, was in unserem menschlichen Dasein an Witzigkeiten und Verwirrungen und Verirrungen. Das ist halt manchmal so. Und gerade wenn die Sehnsucht nach dem Richtigen einfach riesengroß ist und vielleicht die Angst da auch noch mitschwingt, das ist halt schon ein starkes Paar, die uns da schon auch in solche Projektionsfallen tappen lassen. Also das ist bitte auch komplett verständlich. Aber dafür sind ja wir da. Wir sind dafür da, um dir aufzuzeigen, wo du hingehörst. Wenn du dich mal verloren hast, dann sind wir da so mit unseren Wimpeln. Hier geht es entlang, hier entlang, hier ist der Weg. Wimpel heißt es nicht Wimpel. Ich habe noch nie in meinem Leben Wimpel gehört, aber das heißt nichts. Ich kenne nur die Polizisten auf der Straße in der Hand haben oder die, wenn man über den Fußgängerweg geht, über den Zebrastreifen. Heißt das nicht Wimpel? Wahrscheinlich. Wimpel. Wandwimpel. Wimpel. Polizeiwimpel. Ja genau, Polizeiwimpel. Stefan hat eine kleine Fahne, meist in 3-Gigga-Form. Also du bist da wirklich sowas von schlau, was du alles für Wörter immer wieder rausgehauen hast. Du bist sowieso schlau, aber Wimpel, da habe ich wieder was gelernt. Ja, also wir sind die zwei Ziegen mit den Wimpeln. Ja, zwei Ziegen. Stell es mir gerade ein bisschen vor. Die zwei sexy Ziegen mit Wimpeln und zeigen den Weg. Wir zeigen dir einfach auf, hey, nein, da musst du abbiegen, hier geht es weiter entlang. Umleitung, Umleitung, Stopp-Schild, linksabbiegen. Und manchmal halt auch ein bisschen direkt in dem Ganzen, aber wir wissen einfach auch, dass genau unsere direkte Art und Weise dich da aufwachen lässt. Und dir sagen, uh, hoppala, ja wirklich, ich habe mich komplett verlaufen. Da gehöre ich ja hin. Weil es hilft nichts, wenn wir da herumeiern und um ein heißen Brei herumreden. Du kommst wieder nirgends hin. Nein, wir packen unsere rotblinkenden Wimpeln aus, mähen ein bisschen dazu und dann weißt du schon, wohin der Weg. Also wenn du dir das vorstellst, das sehe ich aus. Ganz ehrlich, wir zwei Ziegen mit Wimpeln. Ist das vertrauenswürdig? Zwei Ziegen mit Wimpeln? Würde man denen folgen? Wir würden es schon hinkriegen. Mit unseren Gesichtern drauf sicher. Glaube ich schon. Aber ja, man kennt uns ja eh und deswegen. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du dich führen lässt und dein Herz mit uns immer weiter öffnest und immer mehr erkennst, was du wert bist. Und dafür sind wir sehr, sehr, sehr froh und dankbar und sehr, auch wie soll ich sagen, es berührt uns sehr, weil wir einfach wissen, was sich da so tut in deinem Herzlein drinnen und was sich so verändert. Wir haben jetzt erst gestern wieder Feedback bekommen, dass zwei Frauen, das haben wir gleichzeitig bekommen, aufgrund unserer gemeinsamen, ich sage jetzt mal, unser Seins und unseren Podcast-Folgen und unserer Masterclass, den richtigen wiedergefunden haben. Und wo es einfach so schön ist und so leicht ist und das ist halt einfach das Schönste, was passieren kann. und für jede möglich. So schaut es aus. Für jede gibt es den richtigen. Um kurz dann vielleicht, kurz noch, es gibt im Online-Shop zwei neue tolle Sachen, vielleicht möchte man das noch kurz zum Abschluss erzählen, weil unsere Masterclasses gibt es ja, bitte schön, viele haben es schon mitbekommen, aber ich möchte es hier noch einmal kurz erzählen, als Aufzeichnung in unserem Online-Shop. Und ich möchte nur noch einmal betonen, ganz früh haben die Masterclasses jetzt im Nachhinein sich als Aufzeichnung geholt und das Leben hat sich ziemlich zackig, relativ arg verändert. Die Masterclass, dahinter stehen wir, komplett hinter beiden, jede für sich, die Goddess Identity und die Kunst des weiblichen Tätens, jede für sich, was ganz Besonderes und macht extrem viel. Also gerade auch für diejenigen, die gerade den richtigen suchen und sich im Tätigen ein bisschen verlieren, unter anderem, bitte holt euch die Kunst des weiblichen Tätens. Eine Herzensempfehlung. Game Changer. Gibt es in keinem Podcast, also die Inhalte, die dort sind, sind top secret nur da drin, aber das ist ganz special, muss man wirklich sagen. Ja, wirklich. Also ja, einfach in unseren Online-Shop hineinschauen, man findet alles auch, um was es geht und so weiter und ja, wir können es nur empfehlen, gell? Zum Abschluss nochmal. Ja, hat sich alle die Liebe. Jawohl, und nächste Folge ist die Folge 100. Da geht es um Celebrate the Doms, come on. Tanzende, singende Ziegen mit Wimpeln gibt es dann. Das ist die Überraschung. Da kommt dann unser wahres Gesicht, weil ihr habt es ja auch im realen Leben noch nicht gesehen. Ja, stimmt. Heute sind wir braunhäutige Männer mit Ziegenschniedeln. Mit Ziegenschniedeln. Den haben wir auf jeden Fall nicht. Das ist Frank. Da sind die Ziegen-Schniedeln. Nein, also danke, 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 dass du bei uns bist. Danke, 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 dass du dich so schön einlässt. Danke, dass du die Göttin bist, die du nämlich bist. Ja. Wir spüren dich so sehr, wir lieben dich so sehr und wir sind zutiefst wirklich ganz, ganz, ganz fest mit dir verbunden. Wirklich. Gibt es nicht nochmal, dass wir das gemeinsam haben. Nein, das ist nur das, was wir haben. So uns geht es nicht. Es ist buronackert, einzigartig und deswegen bleibt uns jetzt zum Abschluss. Nur noch eines zum Sagen. Freu dich auf nächste Woche, die nächste Folge. Und jetzt bleibt uns wirklich nur noch eines. Liebe Pussi Papa! Amen. 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 Amen.